Wie sagen die Leute, dass sie Gott sich kennt? Was merkt mich das? Was merkt Gott? Wer ist Gott für mich, wenn sie sich kennt? Futter. Was sagen die Kinder, wenn sie in die Kinder ankommen? Futter. Ich habe mich mal gedacht. Wer ist die Kinder? Einfach Futter. Was sagen die Kinder, wenn die Kinder etwas sagen? Was sagen die Kinder? Das ist Futter. Daddy. Das war die Kinder. Wo wir die Kinder ankommen. Wenn die Kinder abgeraten sind. Futter. Wo ist das hier? Wir sagen von vorne. Wir reden von vorne. Allgemein reden wir von Gott. Oder Hart. Oder ähnliche Dinge. Wenn wir das blass sagen, Gott. Und was denken wir? Dann denken wir nicht an... Nicht deutlich mehr. Was ist das? Dann denken wir an eine gute, gute Person. Was wird immer an uns. Und wo wir in einer kleinen Träumen von sagen. Aber wenn wir sagen, Daddy. Dann sagen wir... Was sagen wir dann? Dann haben wir nicht eine lange Rede. Wir sagen, hey, wer ist die Best? Dann sagen wir nicht, du fern, lieber. Oh, mein schöner, fern, Daddy. Nein, nein. Wir sagen, Daddy. Ich will ein paar Liter. Die Bibel sagt, The Lord is my light, my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Das stimmt. He is hard. He is hard. But when you do hand on a Daddy, then merkt it noch, my sins come the night dichter be. But im Olden Testament rät die Bibel nicht von Fura. Wenn es nicht so leicht, vielleicht ein oder zwei Mal. Jesus said, when you bete, dann bete mein Fura. Eben lasst uns all den Schrift aufschnitt vom Psalm 139. Und ich habe die Ewa-Schrift gesigned von der Teima. Bet in verschiedene Richtungen. Das meint nicht beten, einmal in einem Garten, einmal in einem anderen. Das ist nicht, was das meint. Woher ich noch mal so eine Idee habe, dass ich im Dach so wundere, hey, wo geht das? Mir wird hier angeraten, dort angeraten, dort, ab einmal kommt das noch von der anderen Seite. Und alle Dinge, die ich leckte dann, ab einmal kommt noch ein Dägen ab, dort wird noch fertig gemacht. Das ist nicht der, das habe ich noch mal, nicht? Aber wir feiern uns in verschiedene Richtungen, die Rede. Und wann dort passiert, dann muss ich bereit sein, in verschiedene Richtungen zu beten. Ich weiß, ich habe heute letztlich eine Bautschrift von Gebet, und ich will eigentlich eine Karte nach Wahrheit haben. Wenn das Gebet ist, ich denke, würde bloß, alle hätten eine Bautschrift nachdenken, nicht mal den Tieren, aber, die hat immer weiter auf verschiedene Wege und die Kirche und dort sind Dinge, wo wir alle Dägen zu beten haben. Jeder einer, wer Gott sind, kennt das, der auf alle Dägen mit einem Gebet zu beten. Der ist nicht alle Dägen, ob die Neue ist. Und bei jeder Dägen, wenn das schlechte, oder gute Dinge passiert, dann denken wir erst an Bede. Wir denken erst an das Futter am Himmel, nicht? An unseren Daddy. Gott ist ein Gott, was in alle Richtungen Gott ist. Gott ist nicht bloß im Himmel. Gott ist nicht bloß, man hat die Errichtung, und er sagt nicht bloß, die Errichtung. Was lässt er uns da? Er lässt uns da, dass Gott wir alle wehren. Wie keiner steht, wo er nicht wehren. Er wässtelt die Wege, was wir gesagt haben, was wir gesagt haben, und so weiter. So das Wichtigste von Bede, die Erfüllung von Bede, die Frucht von Bede, ist nicht aufhängig, von wo Gott du verstehst zu Bede, wo scheint die Gott die Wiedkost zu bringen. Das hat man vielmehr zu tun. Das hat man zu tun, wo Gott kannst du Gott. Ist er dein Gott, oder ist er dein Daddy? Oder ist er beides? Die Bede, wie Gott verstohlen, desto besser, woran sie Bede sein. Ich sage nicht, dass die Bede anscheinend, wo wir verstehen, und die Bede mit Schmack, wie jeden Formal, die Bede zu tun. Dass die Bede sein wird, dass die Bede sein wird, dass die Werksamer wird, dass die Erfüllung sein wird. Das Bede anscheinend ist sehr kleiner, weil wir dem nicht kennen, zu wem wir beten. Das ist wichtig zu wissen, weil wir beten, und am wichtigsten ist zu wissen, dass wir dem kennen, zu wem wir beten. Und nicht bloß kennen, dass wir auch nur sein zu dem. So, wer geht, was du bekommst mit den himmlischen Vorder? Weißt du, dass Gott keine Limits hat, auf China steht? Dass China steht, wo Gott die Limit ist, Dinge zu tun. Nicht in der Zeit, nicht in der Umstände, nicht in dem Universum, noch nicht. Gott hat keine Städte, Limits. Das fangen alle ab. Für uns ist das ganz anders. Wir wurden gemeint, wir können nicht verstehen, wir können nicht begreifen. Wir sind schreit nicht glücklich, aber wir können noch lange nicht alles begreifen. So, eine Schöpfung kann wie seine, und eine große Porte fahren, dass Gott keine Limits hat. Gott hat die Welt gemerkt, und alles, was er auf der Welt ist, und das ist für uns großartig. Aber die Welt, das ist eine kleine Stoffkrammung von dem ganzen Universum. Das Universum, wo die Sterne schwärmen. Wie würde das vielleicht Luft nennen, Space, was auch immer. Aber das ist in alle Rechnungen, und das ist unbegrifflich, das ist unerforschtlich, dass noch kein so ein klügerer Scientist, wo das alle haben können, die starkere Teleskope zu merken, die meine Sterne sein ist. Und die können plötzlich nicht erforschen, wo das alle schaffen. Ja, sie merken, sich fehlt nochmals ab, und sie sahen, wie viele Lecht Jahre auf, das sind wie viele dort, und wie viele Jahre, und das ist auch alle Göt. Aber die Gott sind verhältnliche Limits. Das braucht keine Jahre, um das beteigen. Weißt du, was Psalm 147 Verschfeier sagt? Da redet er von Gott, das sagt, Hei teilt die Sterne, und nahm dir alle beim Nomen. Wer in der Welt, even 7 Billion Menschen, alle taub, würde das vor dich bringen, wie das zu tun. Allmählich. Räume 1 Versch 20 sagt, Von dann, dass Gott die Welt gemerkt hat, dass sie eine Aufmerksamkeit in Gott hat, die Fähre nicht zu sein, wie er von nachgekommen, und zu verstohlen, dass er dort, was er geschaffen hat. Dann sagt es, so, dass sie keine Entschuldigung haben. Gottes Leugner, weil er das nicht so hat. Die Welt hat das für sich anders erklärt. Das ist das. Aber das ist keine Entschuldigung. Bloß, dass die Welt seine, bloß, dass die Universe seine, dann weiß ich, dass er Gott ist. Wie sage ich vielleicht, wie viele Menschen sind da noch, die noch nie die Bibel gelesen haben. Da gibt es noch viele Sachen. Da gibt es noch viele Sachen. Und bei jeder einer von euch, wenn die Welt entdeckt, durch das, was in den Menschen besitzt, das ist ein Gott. Und wie weiter? Gott ist ein Gott von Variety. Heute gibt es viele verschiedene. Nicht alle Plante sind klein, nicht alle Bläder sind klein, nicht alle Bläume sind rot. Hier gibt es eine große Variety und wir haben alle Hinsichten. Die Stirn sind alle verschieden. Gott ist ein Gott von Variety. Wir haben alle in der Natur und in der Universität nicht gebrochen. Und ich habe alles georganisiert. Und wie weit ist Gott als kreativ? Wie weit ist Gott gleich Verschiedenheit? Wie weit ist Gottes Kraftfall? Nicht bloß Kraftfall heißt allmächtig. Jetzt noch mal, wenn ich nur den Weg träge, dann hier wird die Plätze, oder ja, wenn die Plätze römmelt und wir ansteigen, ganz ständig römmeln. Und das mögen wir denken. Gott lädt ein Kleinbett von seiner Stamm her. Wie kann ich hier nicht ihr Baby, aber das darf ihr Baby. Kann ein Mensch auch mal so und so weiter erklären, wo das herkommt. Wenn danach Stirntes rönt, was schafft das? Das hat nicht bloß ein großer Chaos in der Stirnwelt. Wie leid, die wollen sich am Tag anschieren. Weil die sind nicht ganz so nicht geholfen, sondern das sind von hier. Gott weiß sich damit. Er hat alle georganisiert. Er weiß gleich, wann er ein Wohnstier in Vorten, wann er die andere. Die Menschen haben nur ein Versammlung für die Planeten, aber für die Stirn einfach sehr wenig. Wir stehen über Gott, wo kreativ er ist. Und wir reden immer weiter von unserem größeren Gott. Wir lernen viel in der Natur und wir haben keine Entschuldigung. Kein Mensch auf dieser Welt hat eine Entschuldigung. Ich habe es nicht gewusst. Wir sagen das. Wir hören das. Wir wissen das. Wir wissen das. Hier ist etwas, was nicht Menschen haben. Das braucht meine Glaube. Nicht um Gott zu leben, sondern um Gott zu leben, was das ist. Das gibt Menschen die ganze Universität. für einen Riesen irgendwo Millionen Jahre trägt, knallt. Dann werde ich da. Ich wollte nicht sagen, nicht so wie. Ich glaube nicht an Millionen Jahre. Ich glaube nicht, dass ich geknallt habe, und bemerkt habe, ich werde nicht mehr zufrieden. Aber ein Ding weiß ich, dass ich einen Knall mehr brauche, einen Knaller. Da braucht jemand für den Träger. trägt, Wenn jemand trägt, dann ist es, dass Gott da hat. Wie seine dort Gott sieht, dass Gott keine Limits hat, wo Jesus im Fleisch des Weltkriebs Wie können Gott ein Mensch werden? Johannes 1, Vers 4, sage ich, Und das Wort wird Mensch und wohnen Mann ganz und wir sagen, wie herrliche wir. Eine Herrlichkeit, so aus einem Vorder, seinen einzigen Sinn, der Jaft, voll von genoten, woher hat. Jesus wird Mensch, hei wir beim Vorder, hei wir Gott, und hei wird Mensch, das eigentlich du. Wer wird das vor dich bringen? Gott kann Gott sein, und er kann Mensch sein. Was meint er? Gott meint, das sind keine Limits. Das ist kein Problem, das ist kein Ding. Na, wo wollen wir das tun? Wie haben wir unsere Limits? Wo wollen wir das tun? Wir haben hoffentlich Geld, wer wird mir das immer gelaufen? Das sind hart, kann Gott nicht. So, Jesus lehrt uns, Hebräer 3, Vers 8, Jesus Christus ist dieselbe gestern und von der und vor aller Ewigkeit. dort haben wir irgendeine Begriffe. Kennst du jemanden, was das dort ist? Was sagt uns das? Da sagt Jesus, er ist nicht gebungen und in den Tiet drüben, und nicht an den Tiet. Wir haben es alles auf, da sind keine Grenzen, nicht träge und nicht verweich und nicht herrsch und nicht rauf. He ist Gott, he is all the way. Johannes fangt dann zu schriebe die Türchen, die Offenbarung, wenn wir das lesen, die Offenbarung einfach, vorher sagt er, Johannes schriftet nur die selben Gemeinden in Asien. Dann sagt er, ein Gnot und Fried von dem, von wem, der du esst, der du wir, und der du kommen wollt. Der du esst, der du wir, und der du kommen wollt. Und er redet von Jesus. Dort schlägt alles mit an, du nimmst alle Lämme zweig. Das ist nicht mir gemeint und nicht die, das ist wie Jesus gemeint. Und wir seien doch in dem Helden jetzt. Die Bibel, die hat dann so viel vom Helden jetzt. He ist ein Port von der Dreieinigkeit, von der Helden, der Dreieinigkeit. Vordersehnen, der Helden jetzt. Wir können die nicht trauen, die sind alle taub. Die drei sind ein. Jesus sagte, Nikodäus und Johannes 3, falsche 8, sagt er, die wend bloß, wo er war, wo er war, und die kostet am Herden. Und dort wird verkraft, was er schafft, ja. Der letzte der hat das Verhalten gehört. Nicht jeder Tag, aber wie er der mag. Dann sag ich dir, ob er die kostet nicht sein, wo er herkommt. Na, wie weiß ich von Jahren ein Boy? Na, wie weiß ich gar nicht, wofür man er ist, weil er wange hat, nicht? Du weißt nicht, wo er herkommt. Du weißt nicht, wo er bleibt. So ist das mit jedem, der vom Gast geboren ist. Weißt du, der hellige Gäste ist überall, das ist alle Wege. Wie kann er den helligen Gäste nicht in der Tausendern stärken, wenn du aus aller bleiben? Wie kann er den nicht kontrollieren? Das ist der Wind. Du weißt nicht, wo er herkommt, du weißt nicht, wo er herkommt. Und da schien es, das schöne Städte, wo er nicht bei kam, nicht? Und wir können das nicht wirklich verstehen, aber wir können das auch glauben. Gott ist überall. Was meint das? Das meint eigentlich, du bist nie nicht allein. Nie nicht. Und das lasst uns alle in dem Psalm. Wir sind noch nicht, ich habe die Hange und wo Gott nicht alles ist. Das heißt in der Vergangenheit, das heißt in der Jähnwurt, das heißt in der Zukunft, das heißt alle Wege. Das heißt nicht bloß auf dieser Welt, das heißt in dem Universum, das heißt im Himmel. Alle Wege essen, das sagt auch viel Jahr da. Du hast bloß einen Gott. Manche merken sich gärter, aber das sind nicht gärter, das sind bloß die Dinge. So dass die Vordersehnen hält ja jetzt, die sind ein und wir sind niemals allein. Hier ein kleiner Gedanke, wenn du an denkst, keine gleiche Verstärkung zu spielen. Versägt das nicht mit Gott. Wo du dir jetzt verstärkst, du hast ja auch. Hier ist alle weh. Hier wie jester, hier ist von der und hier wird morgens sein. Hier ist ein alle Dinge. Und das soll uns melden, wenn wir nicht verrichten müssen. So ist die Fahrer schon erwähnt, sagt. Für wem soll wir uns dann verrichten? Wenn Gott ans Licht ist, wenn Gott ans Leder ist. Und wir brauchen immer allein sein. Also, was hat das mit Gebete getan? Ich glaube, ich habe sehr viel mit Gebete getan. Gott ist immer da. Wir brauchen nicht lühe, wann er wird die Leyen abziehen. Ich wünsche Gott, was Antwort gibt. Wir können immer in aller Umstände, in aller Zeit beten und in dem reden. Und das machen wir so ein Leder mal eins. Wenn wir spanische Menschen schaffen, hat er dann ab einzigemal. Wenn wir dahin kommen, dann sind sie nicht reingekommen zum Stahl aus Stahl. Und dann ab einmal, dann kann er nicht so liebreden, dass er das hört, was er sagen will. Aber Gott hört das danach. So, wir wollen heute noch fünf Dinge checken. In fünf Richtungen checken, wo wir haben, was wir beten tun. Ich meine nicht in dem Sägen, das Daniel hat. Aber in der Richtung, wo wir Dinge hören und verstehen. Nummer eins. Ein Checkträgen im Krieg. Wir haben ja gelehrt, Verwacht checken, nicht Trägen checken. Aber es gibt Anstände, wo wir checken, wie trägen. Und Jesus sagt selbst, wenn ihr von der Brot etet, von diesem Wein trinkt, dann denkt an mich. Jedes Mal. Oder jedes Mal, wenn ihr von der Ete etet, dann denkt an mich. So, wenn wir anfangen zu beten, allgemein, sagen wir nicht das erste All an unsere Probleme. Ich weiß, wir kommen Anstände an, dann kommt dort das erste Rät. Und das ist okay. Aber allgemein, wenn wir beten, dann checken wir Trägen im Krieg, nicht? Wir checken Trägen für Dinge, wo wir dankbar für sind. Wir fangen an zu danken für die Vergangenheit, was passiert ist. Woran im Krieg? Wenn dort, wo wir von der Ete sind, wo wir sind. Dort, wo mir in die Schuld betont wird. Was niemals vorher, niemals nur passiert ist. Und was einmal passiert ist, und dass wir so gut, dass bräcklich war, dass passiert. Und das erinnert uns, was er Gott uns leift. Das erinnert uns, wo gerade unsere Schuld wird. Und das erinnert uns, wo wir frei und glücklich sind, wie wir in Jesus sind. Petrus sagt jetzt, das ist das, in 1. Petrus 1, Vers 18 in 18. Gott hat den Priester getult, jenfalls von der Daugewege rauf zu raten, die jenfalls von jenfalls älteren Mädchen erhoben haben. Und die Weiten, dass wir nicht mehr zu haben, wenn Gott passiert. Wir haben keine Entschuldigung. Ich kann nicht sagen, wenn meine Älderen haben Jesus das gelehrt, oder meine Älderen sehen, oder wenn meine Älderen sehen, wie ich sie sehe. Nicht wirklich. Der Priester, der getult wird, der ging weit, weit er war dort. Dann sagt er im 19. Vers 18, ob er heilig betult, dort verjönt, mit Christus in Blatt in Leben, dort Gotteslohn, und dort keine Sinn oder Eier schägtet wir. So, wir bräuchten gleich drei Kirchen und sagen, hey, der hat nicht geschafft, meine Älderen sagen, no. Was die von diesen älteren Mädchen erhoben haben, dort habe ich ihn von Läuschen gekauft, sage ich dir. Wir wundern manchmal, wofür wir das essen denken? Ich weiß, dass meine Älderen nicht ein Päck abkauft, denn wir sagen, so viel Geld, von einem für acht, und ich dachte, wir sind ja lauter vorhin mal mit mir, mit einer Chihuahua, ich will nun fertig krecken, ich will nun das, was krecken das heil, weil ich krekt, ob wir anders in den Päck abzusehen. Wann werde ich eigentlich wieder bedrückt und getestet? Ich frage, was das wäre? Und dann sage ich, da hätte ich gedacht, sein Päck ab wäre noch mehr wert. So, das ist einfach das wert, was Menschen wahrlich sind, zu tun, nicht? Was Menschen wahrlich sind, zu tun, das ist, was Dinge wert sind. Wir glauben manchmal zusammen, von uns zu denken, was wir haben, das sind so und so viel wert. Das kann nicht sein, dass die B-1 sind. Aber wenn die Nächste nicht mehr wert sind, dann ist das bloß nicht mehr wert, nicht? Wohin sage ich das? Wann muss ich krecken, wie viel wert sind eigentlich du? Das wird auch so viel, dass jemand wahrlich wird, wie du fährst zu tun. Und wenn wir das begreifen können, dann verschrecken wir uns ein kleines Bastion. Aber dann kriegt die Trägen im Krieg. Jesus schreibt sie ein Sehen, sie ein Einziger Sehen, zum Verhands zu sterben. Das sind Leute, die sagen, eine Leitblaut wird hart aufgeregen, das stimmt nicht. Das stimmt nicht, die Schwester. Das braucht Jesus, sie alle Bläut, um die Schuld zu betonen. Dort, wo ich ganz sterben muss, im Krieg. Das regnet nicht auf, sich am Fingerpöchslote. Dort fehlt dir das dort. Eigentlich, wie es ein Fehlmeier wird, das eine Leitblaut. Die Bibel lehrt uns, wie es so viel wird, dass Gott den ersten Priest tut. Er tut etwas, was wir nicht allmählich können tun. Er tut mir, dass es, wer tun will. Keine Währle, so viel zu tun, wie es Gott hat. Und er kriegt das. So, wenn wir anfangen zu beten, dann danken wir Gott dafür. Die Sender, was eigentlich die Däuner haben, nach Däuner waren, der hat alle betont. So, wir gucken um Krieg und sind wirklich Däuner, wo er fährt. Dweitens, wir gucken nach. Wir gucken nach, an uns Däuner, die sind fremdlich angezeigt. Er ist mehr als bloß an uns Gott. Er ist an uns Däuner. Er will mit uns Gemeinschaft haben. Er gleicht uns. Wir drehen uns nur an. Gott will nicht, dass wir am Seine aus dem Diktator sind, weil alle Menschen sind Däuner haben. Das ist nicht, wer er ist. Er ist nicht ein Boss. Er ist nicht ein Supervisor. Als Jesus sagt, wo wir beten sollen, dann kommt er ganz das, was er dreht. Er sagt, ich bete den himmlischen Allmacher, der reichte Gott im Himmel. Er sagt, wann wir beten, dann sagt, fangst es das an, uns Futter im Himmel. Mein Däuner, mein Papa, wo alle jene kenne und anrupe. Er sagt, dort sind sie alle beten. Futter, Däuner. Können wir erkennen, wo grundlegend das ist? Das ist ja auch sehr, ich lebe im Olden Testament fein, wie das, wann viel ein oder zwei Mal, dass Gott aus dem Futter benannt wird. Und als Jesus kommt, was sieht er? Er sagt, nant am Futter. Räubt am Onnes Futter. Weet ihr, wann wir anfangen zu beten, ist es ein großer Unterschied, wo wir anfangen, wo wir denken. To wem bet ich? Till einem fremda Gott? Till einem fremda Herr? Till einem Diktator? Das ist ja auch ein Pott vom Gebet, was du an uns sagen. Und da betst du mein Futter. Gott will, dass er keinem Futter nahm, wann wir Jesus haben angenommen. Something, die würde vielleicht sagen, mein Futter, I don't know. I don't know. Der wird nicht zu gut. Weit ihr, keiner von uns Futter wird zu gut. Keiner von uns Futter wird perfekt. Das wird ein guter Futter. Vielleicht nicht alle. Aber Gott ist ein perfekter Futter. Wenn du Gott nicht kannst, dass es ein perfekter Futter sein wird, wenn dein Futter nicht gut wird, dann denk mal an, was für ein Futter du wahrscheinlich leichter hast. Wo du wahrscheinlich leichter zu sein wird, dann checkt Gott mal das dort an. Wenn Gott ist, perfekt. Er merkt keine Fehler. Jesus sagt, wenn wir anfangen zu beten, dann bett mein Futter oder uns Futter. Und das meint er so. Wenn die gehen ja früh um extra, dann wo soll ich beten? Und das erste, was ich sehe, bete mein Futter oder uns Futter. Also den Weg, wo du Gott setzt in deinem Leben, der kontrolliert die Ewigkeit von deinem Leben. Wenn du Gott als ein hoher Gott setzt, dann hast du ein schwore Leben, ein schwore Gebetsleben auch. Du hast nicht ein friedensvolles Gebetsleben. Und du hast zu Gott, mit schreiengörenden Bede, dann bete du ihm aus deinem Dad. Nicht aus deinem ördlichen Dad, aus dem Dad, wo der Fallkommel ist. Wie ördliche Dads, wir haben viele Fehler. Und sie können ja sein, nach dem Schöchtern anzukommen. Wenn wir sind hart, oder wir haben Fehler. Und die können ja weiterhören. Und die möchte, wenn dort nicht wir. Und kräg dort, das ist nicht bei Gott, was wir nicht von uns ördlichen Futter hergelegt. So, und die Bede war, wie die Fruchtboden erfällig sind. Wenn Jesus fragt, oder sagt, fangt die Gebete an, mit uns Futter, dann meint er das so. Wenn wir uns die Gebete anfangen, mit Futter, oder mit Dad, oder mit Papa, wo immer wir uns Dad haben, dann merkt er, wenn ihr Pott vom Gebet gerade ein Jahr schreibt. Wenn du Gott nahmst, wenn du anfängst zu beten, dann sagt, dass sie auch den Ton von dem Gebet wieder, wo das Gebet wird sein. Wenn du Gott setzt, wird ein Schade, wo sei er, du leist zu beten. Also die Gebet ist wichtig, dass es wichtig war, wo wir beten, aber am wichtigsten ist, dass wir weiter, zu wem wir beten. Wenn er erst den Futter, er erst den Dad, die Bibel lehrt uns dort. So wie macht er uns das Klormerkel. Paulus sagt in Römer 8, von 15, von 17, den Futter, von 14 gelesen, die haben nicht ein Skloven jetzt gekriegt, dass die ihn verrichten wollten. Wenn die Skloven heute Angst wenn sie sich nicht, wo die Geschäfte geschauft haben, und nicht alles reich gemerkt haben, da würde es bald auf dem Reh geknallen, dort würde es so ein Schrägen sein, wenn die Potsch wieder einmal reiht. Das ist nicht wer uns Gottes. Die haben nicht ein Skloven jetzt gekriegt, durch die ihn verrichten wollten. Er sagt, die haben ein Geist gekriegt, der sich den Gott genannt aus seine Kenia. Und dann hat er noch kurz vor, und dann sagt er, und die haben ein Römer aus Futter, Leiver Futter, Plotisch, Apurtisch, Schlesien, aber, lieber Vater, Daddy, Lovely Daddy, und dann sagt er wieder, der Jesus selbst schafft unseren Geist dort zeichen, dass dort wir Gott in Kenia sind. Sind wir über Kenia, dann sind wir Gott in der Oren, in Christus sind mit Oren. Wir waren mit Jesus mit Oren, das ist so, wir sind gerade, ob da steht, wo Jesus ist. Dann sagt er, dort ist, wann wir mit Amtab lieden, dort wir mit Amtab verheirlicht wurden. Und wir waren hier manchmal lieden. Aber diese Verhältnisse sind vollgepackt, mit einem lebensveränderter Wort hat. Wenn wir die Verhältnisse verlesen, verstanden, das merkt den Unterscheiden an das Leben, an das Leben ändert. Wo wir beten, haben wir viel mehr zu tun, wo wir über Gott denken. Warum muss das das noch antreten? Hast du mit Gott eine Familiebeziehung oder hast du mit Gott eine formale Beziehung? Sei er formal. Wie hier manchmal, wo wir beten, was mit Lange Gott ist, will all seine Titel sein. Das ist schwer er. Das stimmt. Weil wir brauchen den hier zu sein. Wir kommen an und seitdem wir haben ein paar Letzt. Bloß uns, dass es gehen wird. Wie war es eigentlich ein Steg? I don't know. Aber hast du eine Familiebeziehung oder hast du eine formale Beziehung mit Gott? Wie wir hier beten, dass ihr seht, da merkt ein Unterschied, wie wir wieder waren hier in dem Gebet. Wo die anfangen. Wir fangen in diesem Aufschnitt nach besonders drei Wege Dinge über Gebet, was wir alle achten. Erstens, in diesem Aufschnitt von Gott will dass unsere Gebet er persönlich sind. Aber, Daddy. Wenn Kenia von der ersten Dage in den Middle East, er Daddy singt an Europa, aber, aber. Und er hoffe, Daddy, Daddy, dass die Amerikans würden, dass wir hier würden. Das was Jesus gesagt, das ist wie Bede zahlen. Wurde manchmal ein bisschen verändern, weil wir dachten beim Beden, weil wir anfangen zu beten, wem reden wir hier vor haben, das ist ein Gebet haben. Je enger diese Gemeinschaft mit Gott ist, je recker ist das Gebet zu leben. Gott will eine enge Beziehung mit seinen Kenia haben. Er will das eigentlich abrechtlich und frei und vertraut und ohne Angst und ohne Twiwelf herum kommen. Krax ist ein Kind der randen um Daddy und raubt Daddy halt mir Daddy Hebe me ab. So kindlich will Gott da in du sind to am wenn wir beten dann. Nicht träge und nicht so denken das will ich Gott sein das will ich hier Ich will alles hier Even wenn du da bist kann sein Versicht den man den gebeten beten koste wenn du von wach ges und im treck da vor oder Stab forscht oder am Fortig setz oder din Sto setz oder schul beten wo immer die beten nach ein denk was in dieser lehre ist Gott will dass mein Gebet ernst ist ernst dass ich einfach rühtraub nur Gott hast du Angst was immer das ist du kannst Gott rühtrauben besonders Angst kommt ich an dass einfach raubt nicht da meine ich dass die sterben zu sein lüht ist kann ich irgendwann wenn man Menschen sein wird Angst nur Gott rauben im Stall im Hort und die am anrauben aus vora lewe vora anrauben sage ich Gott ich brücke die daddy halt nie vielleicht ist eine schwere versuchung die raubst der halt nie ich brücke die helb ich kann nicht allein diese schuld ich weiß nicht wann das wird war ich möchte betulen oder ich will andere arbeit nehmen aber wo ich soll tun ich brücke deine helb dad dein rot ich weiß das schon oft bete wenn wir beleidigt sind oder weih du sind was Gott das sei was das so sei ist wenn er uns vor ist und uns einfach ganz verstanden kommen Gott will unsere feile hier Gott hat euch gefeile wenn wir sind Gottes eben bild geschaffen noch ein nink wird verlier den fahrer ist Gott will unsere bete in Gemeinschaft mit dem hellen jester der hellen jester die ansteht für uns so dass uns bekommt wenn wir lesen reimer 8 vers 28 in grün so halb der hellen jester uns in unsere schwach hätten will wie we weiten nicht mal wo wir beten sollen und dort plötzlich können wir verstehen wir weiten manchmal nicht wo wir beten sollen und dann sagt ob das bete für uns mit son gefeilen dass wir nicht wir dafür haben wir wollen wir Kinder haben wir wollen wir wollen die fährt nicht bieten die können nicht mal so zu verstehen so wie die äldre so anvollkommen wir sind und viele wie kommen ein weiter hängen und wie weite was das tun wollen und dann stört auch wenn sie beten wie weite nicht wo wir beten sollen und ich leid jeder von die weiß was ich damit mein Gott will es wenn wir am tobt das tun er wird uns helfen er upt uns zu bären der heil geist zu bären jesus bet auch für uns wenn wir einmal 8 34 lese und sagt wer verdommen christus ist hier der gestorben ist und mei ist dort er wird von dort abgewirkt und sagt er er reichte hand und bet für uns dort ist jesus dead so wenn wir nicht retten wir wenn ich bete da meine ich nicht alle ütes jesus ist er kann meinen den hart verstohlen kriegst es ist martini käng lade es einmal wir uns klang zu grünen sehen die wohl worden die seien mir dort und ich kann dich wie ich kann nicht kriegen was ich sehe ich kann auch mal von der käng die andere werden in hohe dicht wie wo sie ist du oh okay naja da wird er nicht verstorben kann ich nicht Gott und Gott kann uns verstorben wenn wir nicht reich sein kann Gott weiß was uns fehlt eier wie beten manchmal ich schock da für Menschen zu beten weil ich weiß nicht es reicht wo beten der andere sich wundere und so wieder und so wieder weiter das ist ein Trouble aber Gott kann uns weit dann noch verstorben so bis das ist nicht vor allem glätt ja einfach aber dort essen die Dann muss ich die Lehre dort in Ruhe bringen. Dann muss ich die Lehre durchlaufen. Die Körpers sind durchlaufen, zum Schlupen machen. Man hat sich die Gedanken durchlaufen und zu sehen. Und wenn man nicht schafft, dann fragt man, dass er uns nicht mehr halten will. Ja, er will. So, der dritte Punkt ist, ich kriege in mich selbst. Wenn ich nicht schaue, ich habe nur Gott gekickt, ich habe nur im Krieg gekickt, ich habe nur Gott gekickt, ich habe auch gesagt, das ist, wenn er mein Dad ist, dann kriege ich mich an, wo er wein, wenn das, wo Jesus wohnt. Wisst ihr, dass Jesus in dir wohnt? Wie hat er gesagt? Aber wirklich, du wohnt da. Aus den Christen, dann trage er in dein Wort an. Jesus ist bei dir. Was immer du in dein Wort verstärkt hast, er weiterkriegt, wenn er ist da. Wenn man Jesus da ist, dann sage ich, er ist da. Und dann ist die Führer da. Wenn wir können die nicht einnehmen. So, wie würde, wie möge uns heute ab für Jesus, er tragt er an. Na ja, wir möchtet aber nicht, dass du gar nicht gut verarmen. Hey, ich will noch Sinn und Haule, ihr Scheier, die du mit den An tragen. Das fehlt mir auch wahrer, eben, dass ihr wohnt. Was denkt ihr, ihr habt? Gott weiß, wie du seid. Du brauchst gleich ein Wort zu sagen. Er weiß das. Er weiß, dass wir nicht vollkommen sind. Und er weiß, dass wir unsere Dinge nicht nur kommen. Aber weißt du, er schläft niemals das wieder an. Er kriegt seine Dinge, er schmacht, dass er die will. Das sagen du dann nicht. Da sind verschiedene Dinge, aber wir da nicht leiden. Eines ist eine schlechte Anstallung. Eines ist ein geheime Sender. Der weiß keiner. Aber wirklich, Jesus weiß der, wenn er wohnt da. Er wohnt dort. Das machen wir eine Angst. Das sind schlechte Erinnerungen. Das sind sogar auch Gedanken. Und ich wollte mich noch ein Tag reichen an dem oder dem. Dort sind die Riesenpläge, da fällst du inunterhören. Jo. Einmal war wir nicht für jeden, dort hügt da und hügt da. Aber wir möchten den reinen Tod haben, weil Jesus wohnt hier da. Weil die dann freu, wie am Säu ans Haupt, weil ans Terrain gehen. Paulus sagt, dass das in 2. Korinther drittchen verschwiegt. Und ihr seht ihn selbst. Schaut mal, dass die Stoffart, die da noch viel rein zu wäsch. Schaut mal, dass da noch ein Pläge Grieße auf der Flüge ist. Und das ist der Verhäppel, was hat angefangen zu stocken. Er sagt, wenn ihr seht ihn selbst, auf die im Glauben stehen. Profft das selbst nicht. Weit die dort nicht selbst, dass Jesus Christus endet ist? Willst du nicht, dann habt ihr versagt. Er sagt, wenn Jesus da nicht beinnt, dann habt ihr alle nichts. Kratzen da und versagt die Briefe des und woher die die Wurschen des. Wenn Jesus da nicht beinnt, dann habt ihr nichts. Dann hast du versagt. Also Jesus wohnt da und das ist eine riesige Pläge. Jesus will auf die Reihen machen. So wenn Jesus noch nicht in dir wohnt, dann lüge er mir an. Du wirst das gleiche, weil er hat die in Israel geholfen. Wie möchte alle beten, alle würden wie das gleiche bett wiederkommen. Keine Assis so verkommen, dass sie denkt, ich sehe da, aber ich will kommen. Wie würde die gleiche Friede sein von zusammenhängen, wo wir an die Bungen sind. Aber wenn ihr die Wahrheit merkt, dass wir uns frei, dass wir das nicht wollen. Wenn ihr die Wahrheit macht, dann wird es ganz schlecht das Gleiche. Das ist die Wahrheit von uns selbst. Das geht dieser und das geht mieser. Wie macht überabreichlich sein mit uns selbst. Wenn wir was in andere Wälder und wenn wir alle beten wollen. Paulus, oder nicht Paulus, der Sprecher, der sagt, das steht, Kapitel 28, Verschdrehtchen, wer seine Sende verlegt, wird nicht gleich haben. Wer die Bekannten damit abhört, wird mit Leid fängen. Das wäre im Olle Testament so. Wenn wir die Sende ans wohnen, das schafft nicht. Wir wollen nicht gleich haben. Wir wollen nicht finanzielle Böre, nicht abhört lang. Das ist wichtig, dass wir die Toastung, wenn wir uns Wenn wir die Grießpläcke auf dem Fluss sind, die machen wir nicht. Gott weiß auch, was ich in Bischof versuche. All die Dinge. Er lebt uns danach, wann er auch weht, wie viele Grießpläcke und wie viele Stoffartgen ans Haus sind. Er will, dass wir abhörtlich sind in der Toastung. Und er will, dass wir geben, und er will, und er will, die Hauptfrau. Weit, ich will so nur fremd sein, als kein anderer ist. Kann die fremd, was ich sage, gleiche, und die würde beitre einer dem anderen sagen, hey, weit so, was ich sage, die sage, aber es ist, ich habe mehrere secrets, die ich nicht mehr sage. Dann sagt die andere fremd, ich habe auch secrets, die ich auch nie mehr sage. Sende hat eigene fremd, die war einmal keine secrets, die anderen waren keine secrets. Weit, wenn wir abrechtig sind zu Gott und unsere secrets vertellen, das bringt ein sticht, der taubt mit an. Wenn fremd sich ihre secrets vertellen, das wird ein eigener fremd merkt. Jakobus sagt, dass das viel versast kein. Bekannt gönne sind einer dem anderen und bet einer von den anderen, dass die keine geheilt worden. Nicht bis geheilt von körperlichen Krankheiten, sogar geheilt von säilischen Krankheiten. Wenn ich sage, das Gebet von einem gerechten kann viele treten, wenn das ist. Ich weiß, dass es nicht leicht und ich weiß, dass das berührt wird, dass er mit Gott empfängt die und nicht selbst jemand wird, der kann es vertellen, wo die das geht und dann taubt über beten. Da diese Frucht vom Heiligen Geist kann wissen. Die Frucht vom Heiligen Geist braucht die Sünde in dem Wissen. Das ist Galater 4,22. Denn Geist ist Leid, Fried, Fried, Geduld, Freundlichkeit, Gott Gesahne sein, Glauben, Geländigkeit und Selbstbeherrschung. Die Sünde ist nicht. Sie können frei Wissen wenn es rein ist. So wenn diese Frucht Wissen kann, dann wird wie wahrlich sein, einer für den anderen zu beten. Der vierte Punkt sagt, ich kriege mich in Frau den Heiligen Geist mich zu brechen. So wie weiter wir haben diese Kraft in uns wohnen. Jesus wohnt in uns. Wir haben geguckt, wer Jesus ist, wer Gott ist. Wenn der in uns wohnt, was haben wir dann? Dann haben wir jemanden, der keine limits hat. Dann wir an Brug Mie. So wie wir sind, wenn wir von harte beten, wird Gott an Arbeit wiesen. Und weißt wir was, die Welt lüht er noch. Wie weißt wir das? Wie weißt das? Gott wie die Welt kritisiert und reichte für alle reichte was sie daun für jeden Mal dass die sind reichte kann nicht reichte dorthin bringen. Der Haupt nicht do ever kritisieren und wie daun das noch färgen wie schimpft da ever nicht bete es wird nicht leber mal seien hell ja jes wies me what reichte es aber wies me wo ich kann einen sch Römer saß vertreten und sagt Lut die sind keine glieder brücken die reichte zu deun was sind glieder das sind meine Hagen meine Ohren meine Ohren meine Tung meine Beine meine Fait er sagt Lut die sind keine glieder brücken dann sagt er die 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 reichte zu deun so wenn das jesus in me wohnt und wenn wir am keine limit sind und heute me an leiden dat in meine glieder am die ever jeven do die reichte kehrt teune dann wird das auch ein Unterschied merken nicht so wie freund den heil den gest uns zu wiesen na gewahrlich sei wir gewahrlich to gönnen nur das steht wo er on leiden wird wenn wir ab steht sind wo got ans well und wie weit das wieder sind das jaff nicht geboren hat das jaff ein Fried das jaff eine Erfüllung wenn ich habe einmal konnte an wo ich sehe do wo got mich well und was ich merkt habe so ich check treten um kreiz ich check nach meinem lieben der den sind angesagt dann check ich mir nah wo jesus wohnt dann check ich ramm mich und frau den heil den gest und sei brock mich dann der letzte Punkt die fevte wenn ich schade dann check ich im vertrug in meine Zukunft ich check im vertrug verwärts auch in gebet alle äldre alle gode äldre die wälder weite von er kenja wat ha jie verziele wat ploond jie wo wäld jie ha ma kyn lewe wat ha jie verden jie ploond wat jie wälder wälder en wat jie wälder doon es vielleicht dokter er schaulier er pharma er trak for er wat am nicht wäld sind june priorities dot skout gottes wälder gottes ploond mat oba danach bo wat doot saane do mat amma numma ain saane wan wie wälder er feld lewe wälder gottes jie ploond dat is ag lade zel se dat zun breudel groter ploond dat zun nicht begrenzter ploond wo nis baun rym haf wälder wälder met am os en wat wälder so wälder an teki wälder wälder lewe har an dowie dat amma wälder god ans vader ans daddy wälder wälder van deze dinge van ons ook deze dinge wat vi heer op deze wäld taun aans ploond wat vi heer ha hyst jiet wänd vi am de zai en vreo en am rood vreo wälder dat down vi bruke zine leitung en vi bruke dat dat vi hårde huyt ha en en wälder hoort wat wälder wat nicht beheve dat wat het schlaag di kant dat ja fele gode beja wat vi leese kan wat ons veel rot geve to man erfelchreiche zielbewusste lewe to lewe and dat 's good but das eind do whatever de beja as dat is de bibel man de beja of leint van de bibel dan is dat niet good de dreie eindigheid gottes dat alle beja wat geschreven sind ben de helder gees wel ons leide he luit ab dat wie ons leid en zale am ever geve dat he ons leide word dat is wie word der genie je moe wie die bibel lesen dat de we am can en god haf alle arbet reit for me in die en hai ast die actually wat die go do arbet on je fang haf filep ein vers sa sacht ach hab do an go to opening dot die dat dat daddy dat go to wo a d on je fang haf en daddy word ad a 40 melken bat an den dag jesu chresti hai word dat vore ich melke en egen du wie twiwle vernebet wo jesus in dag wo vi am were trafen wat wot dat twas tot passere na wer af der on juf hong wer wot dat vore ich melke ein mal twiwle widder man ja wo dam haf we da na haf angst wot wie mat leere fährlich de verdrie ab ans lewe ganz amt te verdrie besonders ook im gebet lewe wo am wenn hoi as fall kum en he is unbegrenzt he haf keine limits so na he ma eva a kek tregen um kriets a dahn god for wat a pas sier for die schuld wat betult word a kek na me lieben der dad am on gesicht nan kek ik in me selts nan do wo he wo wo jesus wo nan kek ik ram a me en freud dem helden jahst dat he me brocken word nan kek ik fere warts in de to kunft en ik do got de to kunft van vertrie wanne ik weet dat go to wo ik on je vond he word a ter vire waven do verdank lewe vora lewe dad ik dank di vond 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 Und ich danke dir, dass ihr so gemerkt habt, dass es der Hass ist, dass ihr allmehrtig bist, allweitend, ohne Limits, und dass ihr in Gottes Fasset vertriegt habt, in Jesus' Namen. Amen. Amen.